So meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück bei The Ultimate Doom hier auf GameAlert und wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen umzingelt und tot. Wir haben ein paar Rockets und sonst gar nichts, 34 Health, wir haben ein wenig den Ohr ist offen, direkt erst mal fliehen, ach du Alarm. Okay, Tricky, 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 Tricky. Whaaaaat? Ähm, okay. Boah, wie soll man das denn schaffen? Okay, noch sind wir im Leben. Alter Schwede. Okay, wir gehen mal hier lang. Ich brauche Health. Dringend. Oh nein. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben so gut wie gar nichts. Okay. Ich darf nicht getroffen werden. Pick up, what the fuck? Okay. Okay. Äh. Okay, es scheint... Oh shit, da war was. Da war ja was. Oh Gott, nein. Ich brauche mehr Ammo und ich brauche mehr Health. Okay. Heiland. Ah, ich krieg Damage, weil da oben Lava ist. Ah ja. Game logic. Boom. Gegohl. Guck. Boom. ich bin zu jung zum sterben wäre auch eine schwierigkeit gerade gewesen die auswählen können haben wir aber nicht kettensäge haben wir schon und ach das sind meine freunde wieder sind wir denn mittlerweile 40 schuss da 40 schuss da ok ist hin dann noch ein kack und die man stirb elf schuss noch der kack und die man ist da und barren denn barren auf herr kommt du willst es doch auch das stört sakre bleu Okay, jetzt mal Gesundheit sammeln. Shotgun ammo, das ist gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Hier waren wir schon drin. Hier waren wir auch schon drin, aber... Ach du Alarm! Noch mehr, natürlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Teleporter. Äh, okay, das ist... Boah. Ah, der mich gerade erschreckt. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Okay. Weil es so schön war. Mal von vorne, den Level. Okay. 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 Die haben wir schon mal ausgeschaltet. Okay, okay, gut. Er trifft mich natürlich, ne? Ist klar. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen systematisch vorgehen. Bin gerade ein bisschen konzentriert, deswegen auch gerade ein bisschen leiser. Aber... Also ein bisschen still. Mehr Gesundheit, danke. Ne, immer gerne. Oh. Waschloch. Waschloch. Oder? Oh. Oh. Ist das nicht so? Du hast ja nur noch mal zu. Oh. 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 schütten wir dann wieder gegen die barons kämpfen ja erst mal den ganzen rest drumweg voll doch oben danke ich weiß jetzt gar nicht ob ich ihn überhaupt getroffen habe da 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 Und dann auch da. Oh Gott. Puh. Area Map. Aha. 100 Health Hammer. Das ist schon mal gut. Und die 100 Health, die wir auch brauchen. Mit Sicherheit. Einmal. Zweimal. Oh. Oh Gott. Invisibility. ist ja auch per se erstmal nicht verkehrt weg was macht der schalter muss habe ich jetzt geschaltet damit da schon mal weg ich habe ein bisschen Angst Alter das ist ein baron of hell natürlich schon ein bisschen verwirrend dieses labyrinth so eine weile her dass ich das letzte mal gemacht habe so 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 das ist ein baron nein oh god nein hilfe 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 nein nein bin leicht angespannt da ist das exit wait a minute it's a trap und was für eine okay das war richtig gut gemacht der hellbe leuchtete raum überhaupt exit es zieht schon an ja es zieht ganz schön an nein nicht mehr rocket launcher danke okay der level ist das hier hinten ist berserk pickup hier können wir durch das ist jetzt frage gut ist nämlich dem level sind die keycard nämlich keine keycard sondern schädel for whatever reason knöpfe wollen wir immer drücken light amplification visor night vision auch bekannt als augenkrebs ja moni packt noch jemand alter schießt euch gegenseitig ab und auch ok sind die night vision goggles aus und man sieht halt fast gar nichts mehr ich hoffe ihr seht auf dem video überhaupt irgendwann noch was nein 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 skalki den roten habe ich gerade eingesammelt wo setze ich den einen roten key wahrscheinlich hier irgendwo das mal gern irgendwo habe ich jetzt wieder monster gespawnt da stirb endlich danke guck mal was haben wir denn hier haben jetzt 100 schuss in der plasma rifle der schwung der plasmus da 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 schön das ist der kasse da 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 Ach neuuu da waren wir noch nicht ob wir es liegt da hat sein, mit dem Boden, mit der roten Keycard und haben die Geld Keycard reicht von mir da waren wir noch nicht aber stirbt 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 danke sonst ist da nichts da war ja hast du gedacht natürlich ich weiß nicht ob das der level war aber irgendein level war das supercharge das war wichtig die brauche ich supercharge es stirbt doch einfach tu uns allen beiden den gefallen danke hu ne das ist alles secret is revealed ok und dann und dann wir zurück oder hier ist entgangen naja da kamen wir her ok ähm kommen wir jetzt damit wieder hoch oder jetzt bin ich gerade verwirrt wort am i what am i going to do what do i have to do i am verwirrt hier ist nichts mehr hier ist dann wahrscheinlich auch nichts mehr die light amplification hat man natürlich auch dringend gebraucht war ja auch stocke winzer gott ist so peinlich gerade dass ich nicht weiß wo ich hin muss schleich dich schleich dich schleich dich schleich dich hier kommen auf jeden fall gegner auf mich zu das ist eigentlich ein zeichen dafür dass ich wieder hier sein müsste bern 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 kassa okay ist der gegangen die haben aber schon ein gegner und haben 13 minuten für den level gebraucht okay das soll es aber für den moment erstmal gewesen sein wir machen weiter im nächsten part bis dahin ciao ciao Bis zum nächsten Mal.